Der Führerschein entzogen Ich hatte ein schlechtes Gewissen, weil ich Brian angelogen hatte, trotzdem musste ich die Sache jetzt durchziehen Deswegen erzähle ich niemandem was davon, solange sie nicht gestorben ist Nur jetzt weiß ich nicht, wie ich Jordan hinhalten soll Da kann ich helfen So wie du geholfen hast, meinen Sohn abzuholen? Er ist zu Hause, was wollen Sie? Ich habe gehört, Speed Metal kann sehr beruhigend sein